Musik Streifenfrei hygienisch rein, die bioaktive Mikrofaser mit reinem Silber. Denn unsere Gläser sollen glänzen, dabei hilft uns Zylotex. Sauberkeit und Hygiene sind bei uns oberstes Gebot. Die zertifizierte antibakterielle Wirkung von Aktivsilber neutralisiert beim Reinigen 99,7% aller Bakterien. Jeder einzelne Gast in unserem Event Kochstudio erwartet von uns strahlende Gläser, glänzende Bestecke und sauberes Porzellan. Mit Zylotex gelingt das im Handumdrehen. Mein Team und ich sind begeistert. Dank der extremen Reinigungskraft der Mikrofaser ist es das beste Küchentuch, was ich je benutzt habe. Alle Zylotex-Produkte sind außerdem noch geruchshemmend, allergiker geeignet und bis zu 60 Grad waschbar. So haben Sie langanhaltende Freude im Gebrauch. Frische Luft und eine hygienisch reine Küche. Dafür stehen Zylofresh und Zylotex aus dem Hause Zylonka. Ich als Profikoch kann Ihnen diese Produkte nur wärmstens empfehlen. Ihr Roberto Enslen